sind überhaupt noch da denke ich doch diese noch da aber sitzen drin und warten einer läuft rum ja das hört wir haben es dort was war das wird einer dynamit natürlich schmissen da kann ja nicht so weit weg sein wo kam das her ich habe es noch nicht mal zünden gehört auch an der hausenwand irgendwie hier unten scheiße ich bin runter hier sind immer leider aktiv nein jetzt kommt er zu mir was ist denn das explosiv woher kann das legen oben eine tisch vorsicht rennt da drunter eine treppe hoch da schlägt dich tot lauf 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 nicht da lang eigentlich kacke rechts rechts alle die legen dich doch um naja wie kannst du dahin rennen wo der boss ist alter wieso haben wir den nicht gehört alter ich meine gar nichts selbst wenn du oben war der war ja oben drin hat also fenster geguckt ich verstehe das nicht da muss ich doch angeschlichen haben ja wieso haben wir den nicht gehört gehört also ein paar steps musst du schon hören selbst wenn du schleichst wir waren ja leise das habe ich nicht kapiert wir haben eins an den boss gelegt wir erreichen mit nichts großes ja was willst du mehr wir sind tiere mann quasi ja tier im schwachen segment queer ich bin nicht queer alter queer im schwachen segment stech alles ab ja krass aus wir haben noch nichts zu verlieren alter na eben komm dann mach mal gleich hier zack vorbeigekellen genau ja madenmann hier hinten was auch von links können gegner kommen ja lenke den ab hier den kloppi den habe ich abgefackelt den hund er macht ja noch seinen volkstanz junger oh da liegt ein perk hier hinten nimm mit ja kannst du auch sind zwei kanalisierung was ist das verbessere deine gesundheit und außer indem du einen hinweis oder kopfgeld aufsammelst oder einen riss schließt das heißt das ist in der schüssel an mir was heißt denn verbessere deine gesundheit wenn du angeschlagen bist musst du keine verbanntasche nehmen sondern füllst dich damit auf boah das hat die w shoulder mir doch schon einen lebensball geklaut boah die spinne so aber wir gucken mal hier rein vielleicht gibt es hier gesundheit eine handvoll dollar Dynamitbündel. Geil. Nehmen wir mit. Hast du gefunden, ja? Ja. Geil. Ja, einfach rum. Aber ich brauche Gesundheit. Gibt es gerade nicht hier. Drecksladen. Munition ohne Ende. Nur nicht, die du brauchst. Aber nicht, die wir brauchen, genau. Hier war auch nichts drin. Geld? Hast du dir das Zeug von der Wand genommen? Ne, brauche ich auch noch. Hier, die Briefe. Ich gucke da drüben nochmal in die Hütte rein. Mach mal. Wird er wohl irgendwo Gesundheit geben? Eigentlich schon. Warte auf, ich nehme jetzt meine Heilung und dann gibt es Gesundheit. Da kann ich mich am Arsch decken. Wo ist denn der Bettner? Da ist er. Ach komm, ohne Gesundheit weiter. Ich will jetzt das nicht verbrauchen. Darum sehe ich gar nicht einen, dieser Scheißer. Ich nehme das und dann ist es da. Machen sie dir extra zum Schuber. Hier ist doch Gesundheit. Geht doch. Ja, siehst du. So. Wir sind voll Profis. Passt. Fehlt nicht viel. Hier. So, wo geht's hin? Ja. Stillwater. Stillwater. Zum Norden, ne? Stillwasser. Ja, zum Norden. Nach Norden. Norden. Bitte, das Wasser. Also eine richtige Plempe, wie so ein schaltes Bier. Mhm. Oh, egenhaft. Eigentlich heißt das ja Steelwater. Das hat das Wasser mit Stil, Alter. Ja. Das trinken nur Auserwähneter, so wie wir. Du, Paar, schnalzt mit der Zunge, wenn uns hier so sieht. Wie wir fachmännisch durchs Unterholz rennen. Ja. Fachmännisch. Wo ist denn der Mist? Da hinten. Jacke aus Holz. Ganz genau. Du musst den nach vorne nehmen. Ich hab' keine Ausdauer mehr. Oh, ich hab'n umgebracht. Geil. Ey, mit einem stark? Ja. Da wird immer Gift vorher. Ach so, Gift, ja. Gift ist gut. Ich hab'n noch mehr Gift, Freunde. Oh, hier ist der Boss, ich hab'n Axt. Keine. Der ist unten im Keller. Da unten bist du. Okay. Äh, hier geht's runter. Ich werde ihn mit Gift beschießen. Vielleicht hilft das. Hier geht's nicht runter. Wir sind ja hier auf der Erde. Nee, also ausgerechnet bei der hilft's nicht. Das ist, das ist die Spinne. Die Spinne kennst du auch noch nicht. Doch. Ah, okay. Ich hab' ich damals am Anfang alleine gemacht, immer. Nur die Spinne. Okay. Die anderen waren mir zu dumm. So, jetzt. Aber Feuer. Hier liegt eine Axt, hier liegt eine Axt. Ja, dann nehmen wir die mal. Ja, Feuer will die nicht. Aber Gift ist gerade ihr Metier. Ja. Tür zu, bitte. Eine Sparks-Pistole, Alter. Was ist denn das? Ja, Sparks-Pistole. Oh, ich hasse dich. Bring sie um. Oh, hast du ja eine gegeben? Weiß ich nicht. Du warst noch in der Nähe. Deswegen. Nicht, dass ich da eine Schädelspalte. Hm. Oh. Hier hat es gesessen. Opa. Blöde Sau. Lass mich in Ruhe. Wo ist denn jetzt? Wo geht es denn jetzt hier wieder hoch? Ich habe hier doch irgendwo Medizin gesehen. Komm her, Spinne. Komm. Du hässliches Vieh. Komm. Oh, ich glaube, ich habe Jäger gehört. Mit Schmackes. Warte, wir können ja... Ach, die ist aggro, die, Alter. Aber wie? Wir müssen hier drüben. Wo ist denn da jetzt hier drüben? Irgendwo geht es hier raus. Da gibt es noch eine andere... Hier, hier, wo ich bin. Hier ist ein Tor. Ich glaube... Hier kommen die nicht raus. Jetzt meine Achse weg, weil ich mich heilen musste. Dann da hebst du wieder auf. Ich weiß nicht, wo sie war. Ach, Mann. Ich habe Wurfechse. Oh, die Wurfechse, Alter. Echt? Oh, jetzt was hier. Nee. Das waren alle. Ich habe gerade zugehämmert. Ich habe gerade zugehämmert. Zwei Mal? Da war ein Zentimeter weg. Nicht, dass... Nicht, dass... Weil ich zugewummert habe, Alter. Nicht, dass du das hier verwechselst. Nee, nee. So. Das war's, Junge. Ich verbanne. Die Wurfechse, die haben einen halben Zentimeter weggemacht. Die waren richtig gut. Na, ich... Bin da skeptisch, weil du hast bestimmt gerade geworfen, als ich zugeschlagen habe. Kann mir nicht vorstellen, dass die Wurfechse hier so viel Schaden machen bei der... Die hat ordentlich gezogen. Ich habe geguckt. Okay. War nicht schlecht jetzt. Also Hut ab. Was, halt bis... Dreier oder Zweier. Zwei Mal habe ich geworfen. So. Einer muss drinnen bleiben, einer bewacht draußen. Was aufhinter dir ist eine Treppe. Also... Da ist eine Treppe. Und auf der anderen Seite ist so eine Rampe. Und über dir ist ein Loch im Fußboden. Da können sie runterklettern und runter schießen. Dann müssen sie sich hier in der Ecke bleiben. Imperator, Junge. Da sieht es schon so aus. Uganda-Kommando. Das sind wir. Ja, eigentlich ja. Das ist Uganda-Kommando. Geil. Was war denn das da unten für ein Lungen-Symbol? Da zählte eine Zeitrunde. Da hatte ich... Ausdauer... Ich habe doch keine Ausdauerspritze mehr verpasst. Keine Ahnung. Oder irgendwas, was das war. Da war es auch ein Jäger. Der hat auch Ausdauerspritze dabei gehabt. Mh. 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 Naja, dann rennen wir wieder runter zu Catfish. Da haben wir unser Exit. Ja. Oh, Raben. Aus Norden. Wieso steht denn der nicht auf hier? Ja. Da kam schon was gerannt, hast du es gehört? Ja, ja. Die sind über uns. Bleib du mal da hinten an der Treppe. An der Treppe hinten. Nicht hinter der Wand. Du siehst die Treppe sonst nicht. Die kommen bei mir, oder? Er hat wahrscheinlich geguckt, ob du unter dem Loch sitzt. Mhm. Die hungern ja aus, aber die sollen kommen. Ich hoffe. Ich habe ihn kurz vorbei rennen, sehen die bei mir? Wie viele sind denn das? Ist das bei mir? Unten? Der geht in deine Richtung. Ist das schon unten? Ja, ja. Der ist runter und dann hier in der Mitte. Nö, ich sehe ihn nicht. Der hat auf alle Fälle Gift gekriegt, schön. Jetzt habe ich schon wieder so ein Lungensymbol da unten. Ich glaube da einer runter, denke ich mal. Ich sehe ihn nicht mal vorbei. Aber hinter mir laufen zwei, dort läuft einer, hä? Wir haben noch keine Dreierteams an. Ne. Ich schleiche mich mal hier die Rampe hoch. Oh, da schmeißt du ihn ja mit. Verrecke nicht. Aber runter? Ne, ne. Und dann? Ja, danke. Ich mache alle Fälle oben. Hm. Ich mache alle Fälle oben. Hm. Ich mache alle Fälle oben. Ich mache alle Fälle oben. Wechsle. Alter, was war denn das? Jetzt wird er ihn gekriegt. War eine Antrauer. Okay. Ich hab noch Bienen. Weil die Waffe auf der falschen Taste war, Alter. Ich hab noch Bienen. Viel Spaß mit den Bienen da oben. Dynamit hab ich wohl noch. So, viel Spaß mit deiner abgefuckten Leiche. Ich hab wieder einen umgelegt. Geil. Hab wieder Miethoch. Hat mich einen Lebensbalken gekostet. War der mit dem weißen Hemd bestimmt, oder? Oder die Alte. Aber wieso sind das drei, Alter? Keine Ahnung. Müsste ich auch gerne mal wissen. Hey, die war doch tot. Wer hat denn die jetzt wieder aufgehoben? Ich weiß von zwei hier. Eine Alte und ein ... Ich hab noch ... ... mit dem weißen Hemd. Ne, das sind ja zwei andere. Ne? Wie geht denn sowas? Nein, ich bin tot, Alter. Nein. Ach, shit. Ja, die fackeln mich jetzt ab. Die sind drüben. Ah, die hat schon auch kalt verbrannt. Ja, du kannst dich hier hochschleichen. Und dann kannst du dich von hinten erwischen. Ne, nicht da. Da drüben sind die. Ja, aber ich brenne nicht, irgendwie. Die haben vorbeigeworfen. Die suchen jetzt bestimmt eine Fackel. Schleich dich mal oben lang. So unter das Haus kannst du schleichen. Die sehen mich ja trotzdem. Traum wie du. Stimmt, die sehen deinen Strahl. Mach mal Schatten sich. Na ja. So, heb mich schnell auf. Irgendwas ist weggerannt. Ich hab Raben gehört. Nachher hin. Er wartet doch nicht, bis sie wieder da sind. Danke. Er hat tatsächlich vorbeigeworfen. So, die wollen uns wahrscheinlich da unten abpassen. Und wir laufen aber. Ganz anders lang. Wir laufen hoch. Wir laufen nach Norden. Scheiße. Die haben das Bounty geklaut. Die Arschlöcher. Ach ne, die sind auch mit dem Bounty raus. Dann können wir runterlaufen. So, na dann hier raus. Cool. Na ja, da haben wir halt nur ein Bounty rausgebracht. Auch nicht schlecht. Aber wir sind alle zwei am Leben. Das ist wohl wahr. Aber, was waren, ich frag mich alle, das waren doch zwei Duos da oben, oder was? Wir haben doch Trios aus. Eigentlich ja. Und wieso haben die sich nicht... Ich hab den alte mit dem Zopf gesehen, dann so in den weißen Hemd. Ne, bei mir war das ein anderer. Komisch, bei dir denkt, dein Kifftschaden vor und den Du hattest, der hat dich auch nicht runtergezogen. Ja, das war von der Armbrust, das war so ein großer Bolzen. Ah, okay. Ich denke mal, das reicht dann, wenn du die triffst. Ja, aber wir haben sieben Monate, dann haben wir auch sieben Monate, das war die Blase. Ja, aber wir haben sieben Monate, das war die Blase-Base-Base-Base-Base-Base-Base-Base-Base-Base-Base-Base-Base-Base-Base-Base-Base-Base. Ja, das war die Blase-Base. Untertitelung des ZDF, 2020